einen wunderschönen willkommen zu einer neuen folge von star wars outlaws wir müssen zwei stück normale aufträge erledigen und das bedeutet wir müssen zweimal ein imperium einbrechen super und dort muss man glaube ich zweimal was hacken oder das ist relativ weit weg hier imperiales netzwerk hacken und imperiale übertragen heute wird die frage ist wo gehe ich denn hier am besten ohne meinen kleider dabei zu zerstören ist natürlich auch noch essentiell dass der noch funktioniert kommen auf jeden fall das ist gut ich denke mal das wird nicht lange dauern das wird alles erledigt haben oder wo gehe ich denn am besten durch das sieht mir doch richtig aus hier wir sind sogar schon fast da guck mal frage ist das da ist ja die basis okay frage ist wie komme ich denn da am besten rein steigen wir ab hier wir gehen mal hier hoch da können wir uns ein besseres bild machen kann ich denn hier runter springen ohne vier wenn uns keiner sieht schießt auch keiner auf uns ist richtig ja gut hast du was kleiner also ich kann hier einfach ganz viele sachen in die luft oh behälter kann aber ganz viele sachen in die luft sprengen ich glaube ich wurde ein bisschen bemerkter nix kein einsatz scheiße wir sind hinter uns her wir sind hinter uns her wir sind hinter uns her wir schießt sie wir werden sabotieren komm scheiße wir haben einen einsatz nicht schon wieder ne habt ihr nicht ich löse Alarm aus aber ganz sicher nicht und schon nein jetzt werde ich auch schon wieder gesucht ey wer war das du du ein scheißdreck geh mal rein hier dann los geschafft nix okay du wolltest gerade gehen was ich habe dich gewarnt oh hehehe gearscht easy kompaktes detoniert okay das ist ein bericht ähm ne nicht oh guck mal das ist ein bild von mir aber was muss ich denn hier hacken kipps für wüstenreisen brauche ich nicht ne ach guck mal hier ist ein computer zum hacken so probier einfach mal einen halb richtigen hätte ich ja sehr gut das haben wir gehackt garten übertragen na schön das Angebot solltest du dir vielleicht ansehen hm crimson dawn oder ey crimson dawn ist mein ruf schon ausgezeichnet kriege ich zwar das doppelte an kredits aber ich kann so kann ich eigentlich sicherstellen dass ich weiterhin ja mach das so kann ich eigentlich sicherstellen dass ich bei zwei kartellen weiterhin einen guten ruf habe da machen wir noch den die zweite basis wo muss ich denn da am besten durchgehen wir folgen dem weg oh shit ist viel verstärkung unterwegs ja perfekt ey ja ich glaube ich muss mich zuerst in Sicherheit bringen bis ich zur nächsten Basis vom Imperium gehe weil ja sehr gut wenn ich nicht auffindbar bin da ist noch mehr Imperium ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen bis die Suche abgebrochen wurde wir warten hier wird gar nichts neutralisiert hallo sag mal könnt ihr jetzt nicht einfach die Suche abbrechen das wäre das wäre schön dann können wir jetzt zurückgehen und die nächste Basis stürmen was ist denn jetzt los das ist kein Imperium das sind Pikes da zieh dich ist das eine Bug dafür ohne ne nur Granaten noch mehr alter so weg da äh komm nicht auf meinen Gleiter so jetzt ab zur nächsten Basis was ist denn jetzt mit diesen Framedrops los alter Hilfe was ist denn jetzt auf einmal los was ist denn das jetzt ich musste das Spiel vor der Aufnahme schon einmal zum Absturz also es ist abgestürzt also es ist abgestürzt so ich muss das neu starten so eher was ist denn jetzt mit dir mit dem Spiel los ach Ubisoft was macht ihr da was macht ihr da wieder für Quatsch warte mal nochmal neu komm jetzt bin ich gespannt wo ich rauskomme ich konnte ja nichts speichern ich war noch irgendwie im Kampf äh ok hier wo die Pikes waren jetzt läuft es wieder normal das ist doch gut ab hier kamen dann die Framedrops jetzt kommt keine fände ich super na dann let's go warte mal ich glaube ich muss hier rein oder ja mach du das mal gucken ob hier überhaupt jemand ist hier zu der einzige Sturmtruppler hier oh jetzt klettert doch da hoch Herrgott nochmal schön langsam und zack gute Nacht das ganze Material nehmen wir natürlich mit kann ich sehr gut brauchen das geht nicht hm oh shit da ist auch einer hat jemand meinen Helm gesehen? ich trage gerade einer Halt diesen Kanal frei haha mal schön warten bis der Kollege sich dreht na komm oh shit da sind ein paar mehr als gedacht ok aber hier ist einer alleine weiter gehen gehen oh shit da war noch jemand hm oh ich glaube der kommt hierher hier ist nichts na komm nix fach entstand euch es ist vorbei das kriegt niemand mit doch ein Eindringling kein Verstecken mehr fach aber die wissen nicht wo ich bin hm hm doch ich glaube sie wissen wo ich bin ne die wissen das ist scheiße wie viele sind das denn ne die wissen nicht wo ich bin das ist gut ist sehr gut das heißt es gibt noch keinen Alarm sind jetzt aber alle auf einem Haufen das ist bisschen das Problem könnte zum Problem werden ja ist jemand in der Nähe seltsam wir haben sie verloren zurück auf eure Position irgendwas stimmt hier nicht das H das ist korrekt ja muss aber warten bis die da wegläuft eine Kameradin wurde getötet hol sie dir Kumpel ich hab sie du hast gar nichts ja gute Arbeit nix na schön wir sind da alle erledigt so dann hacken wir die Tür und gehen da rein ja schon mal zwei korrekte oh guck mal oh guck mal perfekt Tür auf ist niemand mehr ne nö dann nehmen wir hier alles noch mit ich will das da hinten ok hier nochmal ne das ist eine Bug dafür oder das passt an den Blaster Blaster Umweltsystem ja jetzt hacken wir hier noch das Terminal und dann haben wir das schon erledigt hm 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 schade der kommt sicher hier ok easy man kann nie zu viele Kredits haben ich hab hier noch ein Angebot na perfekt was denn Crimson Dawn nee wir machen wieder die Hutten weil ich will nicht ich will bei beiden einen guten Ruf haben sie schick dir deinen Anteil gut ich krieg das Zeug haben wir die Aufträge erledigt was kann ich denn sonst noch so machen zum Beispiel hier diese Kernstück Infos ähm ja ich hab aber nichts auf Tatooine das ist natürlich ein bisschen doof aber hier Cantina ja Cantina Gerüchte brauche ich nicht hier hätten wir noch das mit der korrupten Offizierin und wir machen als nächstes da die Tresorknackerin und gehen nach Kijimi also ins Kijimi Orbit so ähm mein Schiff ist wo genau ich kann keine Schnellreise machen weil ich im Gebiet vom Imperium bin und dann bringen wir mal meinen Gleiter hier und dann hauen wir ab bereit nix einfach raus von da komm kann ich jetzt ne Schnellreise machen ne hä ne wo geht das nicht wo geht das nicht wenn ich im Pike Gebiet bin und das feindlich gesinnt ist da dran ist es überhaupt Pike Gebiet ja ne ist es nicht jetzt kann ich Schnellreise machen Bestine hätte ich... Ah ja, guck mal, da kann ich auch schnell reisen. Da ist mein Schiff ebenfalls. So. Geschenke hat niemand platziert. Schade. Kann ich meinen Blaster wieder verbessern? Kann ich tatsächlich? Das Ionenmodul. Ja. Ja, komm. Machen wir. Gezeugt beim Abkühlen ein zweites Zeitfenster, das mit dem richtigen Timing eine super Abkühlung des Blasters durchführt. Ja. Ah shit, das hätte ich hier auch brauchen können. Aber da hätte ich noch Kalkopyrite gebraucht. Hm. Egal. Ich brauche eh hauptsächlich nur mein Plasma-Dingens da. Okay. Partie 05, G-Schaltkreis auf. Ja, alles auf Toshara. Was hier noch? Ich bin nicht. Ähm, okay. Dann gehen wir als nächstes zum Kijimi-Raumhafen. Allerdings morgen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss. Was hier noch? Ich bin nicht. Happ prendre. Ich bin nicht.